Wie auch immer ihr Verhältnis zu Frau Bernzhoff, ist sie wohl noch nicht, dass sie unschuldig im Gefängnis sitzt. Ich muss aber gleich in der Lopie. Natürlich. Das hier sind die Berichte. Haben sie die ausgefüllt? Ja, ich erinnere mich, das waren die beiden Kinder mit der Garnspiele. Aber da hat jemand noch verändert. Wo? Hier. Ein Ziffern bei den Blutkonzernen. Ich mache kein Häkchen an die Eins und die Sieben hat einen Querstrich, den mache ich auch. Sehen Sie so. Sind Sie sicher, dass Sie das nicht geschrieben haben? Das sind die Durchschläge meiner Berichtung. Sie bezahlen auch so, wie ich sie notiert habe. Aber hier, diese Kopie, ich will beinnen. Wer hat Zugang zu den Unterlagen? Wer hat sie da drin? Wollen Sie sagen, wirklich nichts? Ehrenwort. Die Anlage ist ganz neu. Hatte ich Versicherung verlangt. Dreimal wurde hier schon eingebrochen. Scheint sich ja zu lohnen. Aber dann ist es, dass Sie nicht mehr sehen, dass Sie nicht mehr im Auftrag derлоhten. Aber hier, noch immer wieder. Ich gehe dann wie alles im Auftrag. Und ich gehe das jetzt nicht. Ich gehe da drin. Was ist das nicht wahnsinnig? Ich gehe da drin. Die, da drin. Und du sie mit mir. Und du sie 68 esta ne? Ich gehe da drübüb.